Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Python oder eben Python Tutorial. Und heute geht es einfach mal um ein sehr nettes Modul. Das ist das OS-Modul, also für Operating System. Und was das für uns tun kann, wenn wir entsprechend Daten suchen. Jeder von euch kennt die Suche über Windows, wenn man im Ordner irgendwas sucht. Aber das kann man natürlich auch in Python lösen, und zwar relativ einfach. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe hier einen Ordner, das ist bei mir dieser YouTube-Ordner. Und da sind so verschiedene Excel-Dateien drin, die sich auch über verschiedene Zeiträume angesammelt haben. Und ich möchte jetzt einfach mal diesen Ordner durchsuchen hier. Das heißt, ich kopiere mir schon mal den Ordnerpfad hier raus. Und dann schaue ich direkt mal rein und sage hier quasi, also Import OS, das ist das Modul. So, mal ein bisschen größer. So, also OS-Modul. Und dann entsprechend möchte ich wissen, was in dem Verzeichnis drin ist. Und das kann man relativ einfach machen, indem man einfach OS.ListDIR. Also ListDirectory, also einfach Liste mir das Directory auf, sozusagen, ja. Und dann kann ich hier einfach den Pfad angeben. Das mache ich jetzt mal hier. Also ich kopiere ihn jetzt rein. So, und wenn ich das ausführe, bekomme ich jetzt hier alle, letztendlich sehen wir auch hier, alle Dateien, die da drin sind. Ja, und das sind jetzt hier eben verschiedene Excel-Dateien. Und habe jetzt hier direkt die Auflistung. Und ich könnte das auch filtern, wenn ich das tun möchte. Also beispielsweise, ich habe hier ein paar Elemente, die fangen mit Excel an. Also Excel-Tutorial, Excel-Video, Excel-Video, Excel-SX. Das eine ist ein Makro, das ist eben ohne Makros. Also habe ich schon mal drei, zum Beispiel hier, die damit anfangen. Und jetzt möchte ich einfach nur diese Excel hier rausfiltern. Ja, also auch hier Excel-Liste beispielsweise. Alles, was irgendwie mit Excel losgeht, zum Beispiel. Wie mache ich das? Dafür speichere ich das Ergebnis erstmal in einer Variable ab. Das heißt also, einfach hier meine Liste nenne ich das Ganze, ist gleich. So, und damit wir das sehen, die Liste ist immer noch quasi gefüllt. Nicht die List, sondern die Liste. So, die ist also immer noch da. Und jetzt sage ich einfach, das kann ich jetzt entweder über eine Vorschleife machen, oder aber auch über eine sogenannte List-Comprehension. In, das heißt, eckige Klammer hier, dann könnte ich sagen, in dem Fall quasi Excel-Datei. For, Excel-Datei, in und dann entsprechend der Liste. Und zwar nur dann, das heißt if, und jetzt Excel-Datei, Excel-Datei, Punkt. Und dann gibt es jetzt hier einfach ein sogenanntes Starts with, also beginnt mit. Und dann kann ich hier einfach reinschreiben, womit soll es denn beginnen. Und wenn ich jetzt hier sage, quasi Excel beispielsweise, dann filter ich jetzt alle Elemente in meiner Liste, die eben Starts with, also mit Excel anfangen, im Namen. Und wenn ich das ausführe, so, sehen wir jetzt hier, wir bekommen alles, was entsprechend hier im Excel quasi im Namen hat. Und wenn ich hier zum Beispiel noch ein Leerzeichen einfügen würde, weil ich das hier nicht mitnehmen will, und das nochmal ausführe, entsprechend sehen wir, dass entsprechend jetzt nur noch die drei Elemente hier angezeigt werden, weil die andere, ja eben Excel, kein Leerzeichen hier hat. Und so können wir unsere Dateien filtern und dann entsprechend auch mit diesen Dateien dann wiederum tun, was wir möchten. Beispielsweise, wir könnten jetzt diese gefilterten Dateien in ein neues Verzeichnis kopieren oder andere Geschichten. Wir könnten sie löschen, ja, alles letztendlich bleibt uns überlassen. Also löschen, zum Beispiel über Remove müsste das funktionieren. Also os.remove gibt es da nämlich auch, wenn wir Dateien löschen möchten. Gut, das war es dann auch schon. Also ein kurzes Video, aber aus meiner Sicht immer ganz, ganz nett zu sehen, was man denn mit nur wenigen Zeilen Code hier eigentlich erreichen kann. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt mir das, ja, gebt mir ein Feedback dazu, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und natürlich auch bitte abonniert den Kanal. Dann seht ihr auch in Zukunft mehr zu Power BI, zu Excel, zu Tableau, zu Python, zu was auch immer mir da noch einfällt oder ihr mir eben als Feedback quasi so gebt. Gut, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.